moin leute ja ich wollte mich mal wieder melden ja ich habe so ein ganz schönes tief gehabt keine ahnung aber jetzt geht es mir wieder gut also war voll belastend ich habe meine stimme übelst laut gehört alle übelst deutlich und konnte mit ihnen kommunizieren und das geht mir übelst auf den sack alter ich habe gar keinen bock darauf weißt du das nennt man psychose rückfall denke ich keine ahnung aber es ist irgendwie die stimmen sind halt real aber es ist krankheitsmäßig ist es als psychose rückfall ein kategorisiert und ich habe da wo ich wohne ich habe das offen gemacht ich habe mit mitarbeitern hier gesprochen ob es den erklärt und so ja habe ich verständnis dafür erfahren konnte band auch ihre auszeit nehmen und jetzt geht es mir wieder gut jetzt wollte ich euch was zeichen ihr wisst ja dass ich mich immer mit neuen sachen auseinandersetzt ich habe mir ein neues buch geholt habe mir ein neues buch geholt im gespräch mit mir selbst also im gespräch mit dir selbst das will ich nochmal durchlesen bin ich mal gespannt was da so drin steht ich kann euch ja mal das vorlesen was hinten drauf steht ich finde es eigentlich ziemlich interessant hier steht hast du es auch satt dich ständig mit anderen zu vergleichen in unserer schnellliebigen gesellschaft in der enormen druck herrscht wollen wir stets schneller und besser sein haben immer das gefühl irgendwie hinterher zu hängen dabei liegt die lösung für unsere probleme in uns selbst dieses buch wird dir helfen zurück zu finden zurück zu dir selbst zu deinen wünschen zu all dem was dich bewegt es verschafft dir einen befreiungsmoment gewissermaßen wollen wir eine kataris einen zustand der reinigung erreichen dieses buch leitet dich an ein intensives gespräch mit dir selbst zu kommen finde heraus welche negativen gedanken und verhaltens musste dich ausbremsen es hilft dir dabei dich von deinem negativen schuld bild von dem negativen selbst bild zu lösen deinen eigenen wert zu erkennen und bietet praktische übungs selbstfürsorge durch die neue selbst akzeptanz und die bewusstwerdung schaffen wir eine basis für ein glückliches und erfülltes leben du wirst lernen deine institution intuition und eigenen stimme wieder zu vertrauen neben den drei großen pfeilern der selbstfindung selbstwahrnehmung und selbstdisziplin widmet es sich der frage wie wir als gesellschaft ein harmonisches miteinander erleben können du erhältst neben alltags relevanten beispielen und praktischen übungen zudem den anstöße zu empathischen zuhören und vertrauensvollen umgang miteinander zu erschaffen die lösung für ein bewussteres und stressfreieres leben steckt in dir bist du bereit es mit der welt zu teilen ja dass dieses buch lese ich mir jetzt mal durch also werde ich ein bisschen dafür brauchen weil ich habe im moment nicht so richtig bock zu lesen aber mache ich trotzdem na ja wollte ich euch noch zeigen womit ich mich mal wieder als nächstes ding auseinandersetzt halt ne und ja ansonsten gibt es eigentlich im moment gar nichts zu erzählen ja also daher womit mir interview machen wollte das ist mir von der qualität her passt mir das gar nicht interview da ist mir eigentlich beieinander und macht es nicht über das internet und wenn dann bin ich der meinung kann man deshalb über stream hier hat machen aber das will der gute herr nicht also ja ich will das sowieso machen und das ist eine übelst grottige token qualität und ich habe da bei ihm auf dem kanal geguckt das gefällt mir nicht ich will jetzt auch nicht sagen was das für ein kanal ist ich will jetzt nicht schlecht machen aber es ist absolut nicht das ding was ich mir denke weil ich doch was von einem interview gesagt habe alter aber ne mache ich nicht das ist mir zu gefährlich ja weil da hört man störgeräusche und alles auf dem video unten das ist nicht so meine welt das wisst ihr ja ganz genau also dass ich mit störgeräuschen da so übelst benibel bin na ja ok das war es eigentlich das wollte ich mich mal wieder melden und so ich hoffe euch geht es allen gut mir geht es bestens im moment ja und ansonsten bis bald oder